Hallo! 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 Jetzt hat er die letzten noch mehr zu tun. Ich hab die Spricht abgegeben. Ich bin losgenannt. Hallo! Ich bin jetzt da oben. Losgenannt. Ich, ich mag den Leakstens. Ich würde mich jetzt nicht aufgeben. Ich hätte kommen aber später. Ich würde mir keinen Prank bei dir machen. Äh, ne, bei den anderen. Dass wir so den auch schon fassen. Okay. Wir kommen sofort. Wir kommen sofort. Wir kommen sofort. Ja, du hast euch im Video eigentlich rausgelassen. Es ist mir egal welchen Skin du hast. Was? Es ist mir egal welchen Skin du hast. Es ist mir egal welchen Skin du hast. Ich mach ruhig. Nein, Janus mach es. Hülle und Maus gehen ekelhaft. Fick deine Mom! 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 Wir nehmen sie auf! Naus gehen schon scheiße! Schmeiß! Ich hab keine ausgerüstet! Gut, Warum sind Naus ganz scheiße? Die können halt nix. Aber vielleicht mag ich noch Skins. Ja, aber noch Skins ist jetzt scheiße. Die können nix. Okay, lass. Oh, Mann. Lass du es spielen. Nein, können wir es andere spielen? Ne, ich will auch. Können wir es andere spielen mit dem blauen Gebäude? Ja, komm, können wir machen. Können wir es mit dem blauen Gebäude spielen? Bist du mit deinem Kumpel in deinem Team? Ja. Warte, ich nehme den. Okay, dann nehmen wir den. Ich weiß, wo man den Aimbot anmacht. Auf dem Web. Alter, ich muss den Ausgangsschein machen. Und ich mache den Aimbot an. Ausgangsschein ist so scheiße, ne? Aber der Tanz ist halt cool an. Ne. Der ist geil an. Der ist cool. Bam, bum. Guck mal. Ich muss mich lieben sehen. Ich bin ein Flakes-Team. Ich bin ein Flakes-Team. Deswegen. Ich habe Flakes als Freund. Der fängt mir dieses Jahr zu meinem Geburtstag. Ich habe 19 Jahren zu sein. Ich habe 19 Euro, den Renegade-Radar. Nielang. Den Renegade-Radar. Warum? Ich bin ein gläligerестительiger. Ich bin ein echter Renegade-Radar. Den echter Renegade-Radar. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir sind die Ersten, die drin waren, ne? Ja. Ne. Was gelohnt war. Wo Gschmitzer sind? Kann auch sein, dass ich der erste drin war. Ich bin auch der Letzte. Also der Letzte. Herr, sie wird rum. Okay, du bist losgegangen. Ich hab nur ausgegangen. Wie darf ich euch zwei nennen? Wie darf ich euch nennen? Ich kann es ja bei Janosch nennen. Mich kannst Luis nennen, wie ich heiße. Luis. Okay, jetzt zwei. Fake Drift und... Ne, hier. Fake Sangoku. Zwei Seiten ein Team, damit ich mit den anderen... Was ist Fake Sangoku? Das ist kein Fake Sangoku. Ist immer noch ein Charakter von... Sangoku von Dragon Ball. Ich muss hier... Dein Freund. Und ich bin mit... WTF? Du bist mit Sangoku. Ich bin mit Janosch. Ich hab's gecheckt. Janosch bin mit ihr. Wacht, ich komm gleich runter. Du musst Waffen holen. Der Kaka holen. Der Kaka holen. Oh, ne. Und wo... Doch, man muss nicht die Schalt gedämmten. Und die Pomp und... Und das... Das ist so, Scheiße. Die kommt einfach runter. Pomp-maschinen... Die ist tot. Wär gut. Wir brauchen noch drei Jahre. Wollen wir uns zusammen gebäckert haben? Häh! 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 Was für's denn, Digga? Das ging ein bisschen zu schnell, oder? Ich mach mir ein Mord-On. Okay, ich mach mir ein Mord-On. Okay. M4 Sniper... Mensch mach ich ein Mord-On. Ich mach ein Mord-On. Und ich hol' einen Minigun vielleicht. Ich... Janu, komm her. Ich mach einen. Juni, du musst nur den Goldstein nehmen. Dann passt die Pickaxe mehr zu dir. Na, okay. Dann mach mit's so. Wollte ich grad killen. Wie viel Geld hast du auf der Met? Du hast noch nie... Du hast noch nie... Du hast noch nie... Ja, hol' Kida. Ach, mir war Kida. Ach, mir war Kida. Tad? Moin! Was da heck? Da du sind nicht, Papa-Nä? Da du sind nicht, Papa-Nä? Was da heck? Da du sind nicht, Papa-Nä? Da du sind nicht, Papa-Nä? Papa-Nä? Lippa-Nä? Ich dachte, du wolltest dir hinmer spülen, Kollege. Komm, zeig dich! Was? Vielleicht kommt damit Bibi-Aim-Bot und trefft nur einen Schuss fetten. So, Bibi-Aim-Bot. Bibi-Aim-Bot! Ich glaub, wie schön der Trifflick. Guck, ich hab' gesagt Bibi-Aim-Bot. Ja, ich komme auch hoch. Ja, okay, ich komme. Ich meine, die andere finde ich, du! Ich hab' gesehen. Okay, er hat mich gesnipet. Er hat mich fett gesnipet. Der Arme, der hat einen Headshot-Snipe gekriegt. Die sollte erst mal Fortnite löschen und so. Warum sollte er Fortnite löschen? Boah, ich hab' dich so gesnipet. Ich hab' dich so gesnipet. Du kannst Fortnite löschen. Du weißt, warum? Du bist besoffen deiner Bibi-Aim-Bot. Du kackst dich ein. Kannst du mir ein Obuses geben, ihn? Kannst du mir ein Obuses geben? Kannst du mir ein Obuses geben? Komm, Janusz, die sind besoffen. Adi-G-Aim-Bot. Kannst du mir ein Obuses geben oder? Kannst du mir ein Obuses geben oder? Ich werde eh nicht probieren, oder? Ich werde elf aufsuchen, oder? Ich werde ich nicht probieren, oder? Ich werde ihn achtmal machen. Nein mach' Danke Danke. Er kann doch unten. Oh, was? Soll ich dich eben töten? Ey, wir sollen nichts doch tun, ne? Ich hab dich getroffen, okay? Warte, ich geh wieder gucken. Wir wollen nicht mit euch reden, wir wollen mit unserem eigenen Team reden. Ihr könnt mit eurem eigenen Team reden, okay? Ihr geht in den Spielekanal? Wir kommen im Kanal. Ja, ich geb euch... Ja, Warte, ich geb euch schnell noch eins aus dem Maul, okay? Wir gehen hier ein aufs Maul, Liga. Digger! Ja, schade. Wenn du uns einen aufs Maul gibst, gib ich dir mal... Okay, jetzt halt ab! Geh raus aus unserem Kanal. Du gehst auf den Spielekanal. Ja, wir wollen allein reden, dann könnt ihr eure Tipps machen wie unsere. Könnt ihr beide aus dem Spielekanal... ... in den Spielekanal... ... und... ... bitte? Jetzt aber aus Spielekanal. Nein! Ihr beide! Beide! Ich fahre gerade! Für Sixty! Ich hab für Sixty gemacht! Ami! Ami! Mama ist da! Wie geil! Kannst du meine Aufbeugen machen? Ich komme her, blödig! Scheiße! Alles gut! Nein! Alter, die Farben sind zu fresh! Dass du ausguck. Ja, da Depois du siehst. Warte! Ich hab dir, ich hab dir! Eine dakt. Is das ne? Ich geh hin, du bleibst da lieber. Ich hab nen Plan. Oh, cool. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, lenkt du ihn ab, ich schnappe ihn, ich bin ihn dann. Leider kein schöner Hit. Der Name ist da, der Name. Ja, schade. Zwei Gänge aufmeldet. Was machen wir da? Ich bin ja runterge... Ja, scheiße, komm. Komm, ist er gut, du scheiße. Lass mal in den Spiegel... äh, gucken kann er. Soll der Typ auch ein neuer Team sein? Muss nicht. Ja, schön. Halt die Fresse, du dummer Wasser. Oh, die Pferde? Alles? Wir kommen. Sie sind tot? Ich hab nur einer gesehen. Hab ihn. Ich hab nur einen Kanal. Ich hab nur einen Kanal. Ich hab nur einen Kanal. Geht aus dem Kanal raus! Okay, ihr könnt Gruppenkanal zeigen mit dem Spiel. Über dir! Geht? Raus! Es gibt kein... Was? Was? Sorry, freut ich nicht? Ja, komm, mach dich mal nach vorne. Das ist gar nicht. Jemand. Guck mal. Ja. Und sie sehen viel schöner aus. Die haben keinen Bock mehr. Ey, zeig mal deine RuPaulskanaten. Also die Dinger. RuPaulisies, zeig mal. Das, was ich in der Hand hab. Die haben verlassen! Cool. 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 Dann sind wir halt scheiße. Verlassen. Wenn uns eine RuPaul kommt. Komm, die machen wir auch noch kaputt. Ja. Ciao, ihr Bastarde. Ja. Könnt euch an... Könnt euch an... Könnt euch an Eier... Könnt mir an den Eier legen. Ich verlassen auch. Ja. 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 den Eier. Die Aussage ist... Du denkst dich einfach lang. Össet! Warte mal, ich wurde eingeladen, ich geh im Freien und dann lade ich mich an, okay? Warte, ich nehm mich echt leid, ich muss vertreten. Dann hat der, ja warte mal, ich muss mit Doktor Auge reden, dann hat der gesagt, komm Lobby, dann kriegst du ein Uchiya-Account, dann hab ich gesagt, du dummer Bastard, lass mich an. Dann, ne, hat Ben Luther-Dance gemacht, also nach ihm aus, weißt du? Ich denke, du dummer Bastard. Genau, der. Ja, was soll ich da sein? Ja, der ist dabei getreten, den hab ich mit ihm gezockt. Okay, wenn ich die kleine Hure den anzeigen. Ach so, was kommt mit dem da grad vor? Ja, genau der. Mit den Kian, oder? Ja. Ach, Digga, ich kann auch direkt mit meinen GD wieder zeigen, Junge. Habe ich auch schon gesagt. Ich heiße, Digga, Digga. Äh, komm, nirma. Okay, das bestes Aim ever. Okay, Digga, ich siehst du, ich komm da drin, ja? Ja, ich hab ein Brust, hab ich... Okay, komm, Lobby, äh, Doktor Auge, warum musstest du jetzt dann auch? Ja, äh, mein Internet war. Ach so, ja, wahrscheinlich. Ich hab mich ge... Ich hab den... Ich hab doch nicht ohne Grund, so, äh, weil ich... Aber Internet-Emma dreht manchmal wahrscheinlich nicht. Ist auch was, glaube ich, Spass gefördert. Ich hab doch nicht mehr. Das ist ein bisschen Spass-Arcouns. Das sind üblich. Äääh, er zockt auf dem... Das sind wirklich andere вот, ja? Ich hab meinen Spass-Arcouns. Roll, es war da ein Typ von uns, war da ein Typ. Ja. Ja. So, warte, 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 warte. Ich schicke jetzt Dieti ein Bild, ne? Und schreibe, äh, du, Kiago und Ben Luke. Schreibe den. Okay. Ja. So, einmal kurz das Bild wenden. Ich habe dir alles schon geändert, ne? Und wenn du auf die Augen verlässt, verlassen die nicht wegen, guck mal, und die Tanze sogar. Solche Sachen, wo man Skinschalter hier entdecken kann. An den richtigen Skins. So, an den Skins, weißt du? Schöne? Komm, ich schade Ben ein einfach. Komm, du sagst hier an, ob er auch reinkommt. Okay, Leute? Dr. A, gehört das nicht? Hä? Nee, ich habe gerade geschrieben, deswegen. Er kickt die mal. Äh, nee, nee. Äh, sonst ist er zu aufhängig, deswegen. So, er hat gesagt, er hat Renegade Raider, hat er sich ausgepackt, du Opfer? Oh, Digger. Er sagt, er hat Renegade Raider, Digger. Okay, dann soll ich noch zeigen, ich hab das hier meine, äh, die Erkrankung. Geil, alle gleichzeit. Ich mach schon nach. Hast du eben schnell gemacht? Ja, okay, die ganze Lobby-Sache. Scheiße, ich hatte. Das wäre auch ein Sprecher, aber ich hab mir auch schon wieder selbst übergekriegt. Soll ich jemanden einladen? Gucken, wie er Renegade wird. Ja, die Reune sind hier drin. Keine Ahnung, ob ich jetzt in seine oder in meine Kuppe kann. Äh, das haben wir uns alle reinkommen. Ja, doch, die sind hier drin, die ist hier drin. Kuck. Der Typ wird sich auch nur so decken. Ach ja, äh, wo ist, äh, nochmal der, äh, Knopf, wo man Fortnite flaschen kann? Ach komm, lad mal Ben ein und diesen... Äh, äh, guck mal, ich guck mal, ich guck mal, äh, Ben, die, die, ja, du spielst gerade Boxfight. Ne, Junge, die haben so Angst, Junge, die können gar nicht freuen. Guck mal, ich lade... Warte, dafür guck mal, ob du das Spielball treten könnt. ik guck mal, ich guck mal, ob du das Spielball treten könnt. Untertitelung. BR 2018